Also kommt er noch nach der Waschmaschine oder kommt er nicht nach der Waschmaschine? Das weiß ich nicht. Er will mal das erledigen, dann schauen wir mal. Also es dauert länger. Gut, das ist ok. Es dauert ein bisschen, ja. Er muss ja das Problem rausfinden. Kalkon. Das ist nicht das Problem gewesen. Das machen wir eh immer. Waschmaschine, ich stehe noch schneller mit Kalkon. Wie geht's das? Der Tod. Der Tod. Der Tod. Schwierig. Der Tod. Der Tod. Also, wo wart ihr alle? Es starrt mich an. Vom Labor zur Küche. Ich bin gerade unterwegs zum Fischen. Michi steht in der Küche und Sunny war Tagungsraum. Ja, ich habe gerade die Fische umdreht und da hat sie mich ein bisschen gestört. Also, das letzte Mal, wo ich den Flug gesehen habe, ist er von der Splash Zone Richtung Laboratory, glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe ihn oben im Communications gefunden. Ja, vielleicht habe ich es mir nur ein Bild. Ich habe keine Ahnung, ob man so schnell von Splash Zone da aufkommt, außer durch die Zip-Länder. Ist es am Anfang mit mir gelaufen? Ich auf jeden Fall nicht, weil ich bin zuerst in Splash Zone reingelaufen, habe die Sandburg gemacht und habe das Fischen dann gemacht. Gut, dann war es Parry. Nein, das kann ich nicht gewissen sein. Ja, wer ist dann mit runtergelaufen am Anfang? Am Labor vorbei? Also, ich hundertprozentig nicht. Ich habe mich halt im Labor aufgehalten gerade. Eben, der ist auf dem Pass, der uns nicht mehr gehört. Aber vielleicht redet sich die auch noch gut raus, man weiß es nicht. Ja, ich kann nichts sagen, ich habe die Fische angeschaut und habe mich gefragt, warum wird das nichts? Ja, ich habe vergesst, was im Umdrehen das erstes Mal. Ich glaube, die Fische machen jetzt noch Schluss. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Oh, das ist jetzt P-Servor. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Stefan, das sollte ich auch sagen. Das hast du auch so was einmal gemacht. Du hast falsch viele Eingepunkt, du warst der Einzige, was nicht unter uns war. Das Problem ist, ich habe ihn aber nicht gekillt. Ich habe nämlich gerade mit dem Sparri den Reaktor gemacht, du bist entgegengekommen und hast ihn dann gleich gekillt. Das war eindeutig der Stefan. Ich hätte vorher nicht gemacht, weil ich hätte vorher die Sante schon machen können. Ich habe es nicht gemacht. Also auf wen muss ich jetzt gehen, auf Kenny oder auf deine Mama? Das Problem ist nur, Son ist jetzt tot und Sparri ist jetzt tot. Ja, auf wen muss ich jetzt gehen, auf Kenny oder auf deine Mama? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Nein, deine Mama. Kenny. Kenny. Wie viel ist ich jetzt vorher sprechen können? Ich habe es nicht gemacht. Also noch einmal, ganz langsam, auf wen ist. Einer nach dem anderen. Auf Kenny, schwarz. Weiß, dein Mama. Wie soll ich jetzt vertrauen? Weil ich war jetzt nur bei Mario in der Nähe und habe oben meine ganzen Tast gemacht. Fertig. Ja, auf wen soll ich jetzt gehen? Wie soll ich jetzt vertrauen? Schwarz oder was? Schwarz. Nicht, ich hätte dich vorher schon killen können, wenn ich wollte. Ich hätte dich nicht killen können, wenn ich wollte. Also ich habe dich nicht killen können. So blöd das klingt, er hätte dich killen können, er hätte nicht, weil er die anderen gekillt hat. Das ist doch schwarz. Aber das ist... Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch eine klare Situation. Das ist ja dumm. Ich wollte mal was sagen. Der Kenny hat auch um den Self-Report vorher gemacht. Nein. Nein. Das ist nur eine Task. Ich hab keinen Self-Report gemacht. Ich hab meine Task fertig. Ich hab den letzten Task. Und das sind die Fische und das dauert so lang. Deswegen muss ich jetzt entscheiden, zwischen Schwarz und Weiß, der lügt besser. Das ist schwierig. Weiß lügt besser. Deswegen ist es Weiß. Bist du schon beim Kommen oder nicht? Ja, dann machen wir es so. Ja! Du hast gerade dem Stefan den Sieg geschenkt. Ja. Ah, Scheiße. Weil dann hätte ich gesagt, er soll super sprechen. Das macht den Task fertig und fertig. Ja, das Problem ist, das Fischen dauert so lang. Das Fischen dauert so lang. Also das Grillen. Das Grillen dauert so lang. Ja, es war so 50-50. Und ich hab die Entscheidung gehabt. Es war halt schwierig. Wenn ich mich entscheide, wäre entweder richtig oder falsch pissen. Oh nein, ich hab keine Gedanken. Ich schau. Schau, schau. Mein Männchen zeigt nur noch dich. Stefan. Was? Ja, aber es war schwierig. Es hätte ja beides eine Lüge sein können. Technisch gesehen, ja. Ich bin bei 32. Ja, gerade bei sowas ist. Aber es war schwierig. Ich hätte eigentlich nur die falsche Entscheidung treffen können. Kann man das den anderen verraten oder nicht? Ich hab versucht eigentlich zu schützen, aber bin leider zu spät oder angekommen. Ich bin ein Schutzengel. Ich bin Waschmaschine. So wie unsere Waschmaschine. So wie unsere Waschmaschine. Äh. Wasch mich. So heißt unsere Waschmaschine. Das war für 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 Waschmaschine. Ich bin links gerade in der Spritzzone gewesen und warte runter in der Tüche. Okay. Ich hab den depperten Mülsack raus in ihren Müssen. Das geht ab und zu nicht gescheit. Warte mal, aber der Mülsack jetzt in Cafeteria, nicht in der Splash. Nicht in der Splashzone. Weil in der Splashzone war ich gerade und hab die Muscheln gemacht. Aber in der Spritzzone ist auch ein Mist. Ja. Dann hab ich ihn wahrscheinlich einfach übersehen. Danny bist du. Ich bin beim Reaktor unten. Wo ist der Michi? Ich bin jetzt, also ich war in der Splashzone, hab die komischen Muscheln da aus der Erde graben und wollte gerade mitten. Also ich sehe jetzt genau vor Dropship und gehe Richtung, wollte Richtungsdeutsch gehen. Okay. Wo ist Barry? Ich bin gerade beim Labor und wollte gerade weggehen von dort. Okay. Mülsack, wo hast du die Leiche gefunden? Im Lager. Was ist, wenn du so ein Try-as-to-Self-Reporter bist? Nein. Wäre auch möglich, aber dafür kenne ich die Sanne schon zu lange, das macht sie wenn ganz, 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 ganz selten. Also, okay, passt. Tänny, du bist schon mal auf der schwarzen Liste. Ja, ich... Alle waren nun im Gebirge und ich in der Nähe, aber man ist ja so schnell dahin gekommen. Das frage ich mich. Gelaufen. Also entweder ist es ein Try-as-to-Selfs-Report oder ich weiß es nicht. Mal gucken. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was bist du hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Schlechtsschlechtsschlechtsschlechtsschlechtsschlechtsschlechtsschlechtsschlechtsschlechtsnot? Hör, man geht's. an Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich wollte bei Lukas bleiben, dass es einigermaßen safe für mich ist, aber der war so schnell weg da, Lukas. Das ist furchtbar, oder? Inkorbata 30 Ja, das ist meine letzte Task auf jeden Fall. war gerade an weg richtung runter zum zweiten den entschärfen Ja. Also das heißt wir sind zu dritt unterwegs gewesen, da kann es ja noch einer gewesen sein. Und zwar da, Michi. Ja, ich bin grad oben bei Kommunikation runtergelaufen dort. Und dort war sie. Beim Antrieb oder in der Zwischen? Direkt oben bei der Leiter. Das ist aber hart. Wir sind jetzt gerade alle zu dritt gelaufen, gell? Ja. Fuck. Naja gut, also im Endeffekt. Es klingt nach deinen lieben Selbstreport, die du immer wieder rauspasst. Ja. 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 Oh nein. Ich hab grad wirklich die Leiche dort gefunden. Wortwörtlich. Kann sein, aber es kann halt auch nicht sein, ne? Ja. Ich hätte einfach oben killen sollen. Dann hätten wir auch ohne gehabt. Warum hast du nicht einfach killen? Ich war mir nicht sicher, wie viele Leute noch da sind. Boah, das war... Ja. Ich hab so verzweifelt den Lukas gesucht, weißt? Weil ich bin mit Lukas danach gerannt, bevor er mich umbacht hat. Ich weiß nicht, wie soll ich so schnell zum Reaktormann von ihm kommen? Du warst beim Reaktor beim ersten Mal. Ich war schon beim Reaktor, ich bin schon dort gestanden und dann ist der Lukas halt hergekommen. Ich hatte nämlich eine Aufgabe beim Reaktor und bin halt dann zufälligerweise schon dort gestanden. Das war das Problem. Ich war halt schon dort. Ja, und dann wollte ich halt in der Nähe von Lukas sein, aber der war so schnell weg, der war so schnell auf einmal. Ja, dann wurde er auch noch getauscht und auf einmal... Ja, deswegen wollte ich dann in der Nähe von ihm sein, aber es hat irgendwie nichts gebraucht. Ich mag es irgendwie nicht, wenn ich mir jemand hinterher lasse. Ja, ich hab's gemerkt. Ich versteh's. Ich mag's auch nicht. Ich konnte echte verfolgen, Schwanger. Ja, schon. Cut bei dem Spiel. Ich verstehe jetzt wieder. Auf gleiche. Ja, ich muss sagen. Ahem. Ahem. Es kann schon länger her sein, ich habe ihn oben bei der Kommunikation gefunden. Ihr wart gerade auf dem Weg dorthin. Also für mich ist der Michi halbwegs safe, der hätte mich killen können, beim Labor hat es nicht. Ich bin erst auf dem Weg zur Kommunikation, weil ich habe gerade in Upper Ancient meine letzte Task angenommen. Ich wollte auch gerade rauf zur Kommunikation gehen. Ich war vorher in der Cafeteria und dann hast du mich eh auch gesehen. Was? Du warst in der Cafeteria? Also ich habe nur einen gesehen, in der ganzen Runde habe ich nur einen gesehen, der ist beim entgegenkommen, wie ich die letzte Aufgabe erstmal geholt habe. Mehr habe ich die ganze Runde nicht gesehen, ich habe nur einen einzigen gesehen, mehr nicht. Ich habe niemanden gesehen. Oh ja, Michi hättest du nicht gesehen am Schluss. Ich habe die Kleider nicht gesehen. Ich habe eine Frage zu einem Task, wie funktioniert das mit der Steinschleule sozusagen? Die habe ich noch nicht gehabt, also ich kann es nicht sagen. Welche wo? Nehmen wir einen Reaktor. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Die habe ich noch nicht gehabt. Keine Ahnung. Die habe ich noch nicht gehabt. Also wenn es eine gute Lüge ist, dann ist eine gute Lüge. Aber ich habe sie nicht gehabt. Ich habe es wirklich auch noch nicht gehabt. Also es kann vielleicht auch eine gute ausgedachte Lüge. Was? Ich habe es noch nicht gehabt, also ich kann es nicht sagen. Aber es hört sich nachher realistisch. Das gilt ja. Ich habe es noch nicht gemacht. Ach het. Das geht also. Danke dir. Vielen Dank. Auch wenn keine Leiche gefunden worden ist. Der Task funktioniert. Das ist ein Flaschenzug. Du musst das linke Seil runterziehen. Mehrmals. Und das musst du nachher oben auch nochmal machen. Achso, das ist das mit den Steinen in den Korb drinnen. Achso. Ah, das hast du irgendwie falsch erklärt, glaube ich. Weil das habe ich schon öfter gemacht. Ich habe nur Steinschleuder verstanden. Nein, Schleuder habe ich mir irgendwie gedacht. Die Kristalle hochziehen. Die Kristalle hochziehen, oder? Ja, das hat für mich am Anfang ausgeschrieben. Ich habe gedacht, ich muss die Kistalle sammeln am Anfang. Okay, und es ist nochmal ein einziger Task offen. Ich muss noch mein Ei ausbrütteln lassen. Okay, pass. Das heißt, das Ei muss noch ausgebrütet werden, dann sind wir fertig. Das muss man abholen. Ich glaube, ich bin fertig. Ich glaube mal Kenny, tut mir leid für dich, gell? Sicher? Ich bin fertig mit meinen Task. Kenny oder Ed, einer von den beiden ist es. Sag ich euch, sowas ist es. Also, ich vote auf jeden Fall nicht, wenn ich immer nicht sicher bin. Ich schon. Das war mir klar. Aber es braucht dich auch verdächtig irgendwo. Aber das passt eh. Auf jeden Fall. Blöder Pilz. Ich werde ab jetzt getötet, da geht man schon wirklich auf den Nerven. Hey, da ist immer der Seinbruch aus. Ja, wie Edsa. Ja, ich weiß, aber... Ich sag ja, Kenny oder Edsa? In dem Fall war es nicht ich. Ja, aber meinsch. Aber ich habe zwar sogar vorm Wandler gehabt, aber es hat mir gar nichts gebracht. Ich bin nie jemandem entgegengekommen. Ich habe sogar einmal versucht, Spari länger am Leben zu lassen. Was ist? Ich habe mir gedacht, hey, jetzt kommt mir keiner entgegen. Warum? Ja, das war halt... Pech. Ja, ich... Wann kommt der Bruder? Ja, wann kommt der Sein? Er macht ja noch die Waschmaschine. Waschmaschine, sterben schneller mit Kalk. Waschmisch. Normalerweise nicht. Wir haben gleich was anderes ausprobiert und das hat wahrscheinlich unsere Waschmaschine hin nicht gemacht. Wahrscheinlich ist Kalk drin. Nein, das glaub ich nicht. Wir nehmen immer Kalk unten. Bei Beschleudergang Stein reingebracht. Ja. Bänder und Späne. Also wenn wir jetzt auch warten, dann drücke ich auch... Dann müssen wir es sagen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und du kannst nicht sagen. Ich kann nur nichts sagen. Ich bin bereit. Ich fühle mich mittlerweile ein Schlechtkoch. Ich bin immer bereit. Ich bin auch immer bereit. Weil ich jedes Mal den fucking Koch-Tab hab. Ja, ich reite bis jetzt in Seldo. Was war denn das denn jetzt raus, Alter? Was muss ich machen? Hä? Da hab ich Lust auf Marshmallows. Ich bin furchtbar verwirrt, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich bin ein Schlechtkoch. Ich blege ein Vergnügen. Ich biniert. Das war's für heute. 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 Ja, irgendwer traut sich nicht zu töten mehr. Und die Frage ist fair. Es fehlt eine scheiß Aufgabe. Gemutet. Ich glaube, der Flo hat die letzte Aufgabe. Ja, das kann sein, ja. Ich bin fertig, der Michi ist fertig, weil wir machen unseren Spaß die ganze Zeit. Ich bin auch fertig, ich renne auch schon im Spaß im Kreis herum. Ja, der Flo fehlt. Der Flo ist die letzte Aufgabe. Ja, der Flo, der redet gerade mit der Sebastian und hat die letzte Aufgabe. Ja, so ein Spackgott da drüben. Also, wer ist am verdächtigsten von uns Fünfer? Ich weiß das. Barsch. Ja, ich weiß das. Ich kann niemanden wählen. Wow. Also, ich habe mich nicht gewählt, ich sag's gleich. Ja, man sieht sich in der Hölle oder so. Ja, das war irgendwie klar. Ja, es hat... Okay, gut. Ja, du sagst, ich glaube, das stehen, oder? Technisch gesehen, irgendeiner von euch war nach und nachher drückt. Dann wird mein Nächsten raus. Ich hätte gesagt, die Sunny. Michi, den Nächsten nehmen wir entweder Kenny oder Sunny. Besser Kenny. Ich bin für Sunny. Immerhin, ich habe gerufen. Ich bin für niemanden. Ganz ehrlich. Oh, er war niemand Kenny. So Stichel-Einheiten sind es auch nicht weihand, weißt? Weil man stichelt nur, wenn man selber ist, ne? Wir hatten ganz am Anfang die Wahl zwischen Sunny und Sparri. Das ist richtig. Das ist richtig wichtig. Oh mein Gott, Sunny ist nicht mehr leid. Er weiß nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich biffere niemanden. Ich vote ja keiner. Ich habe dich nicht gefunden, Stella. Ich habe dich nicht gefunden, Stella. Das ist auch gut.